Dein YouTube-Kanal läuft nicht so, wie du gerne möchtest? Wir können dir vielleicht helfen, und zwar durch eine ganze Kooperation mit uns. Mehr dazu jetzt hier in diesem Video. Hallo, mein Name ist Marco Lorenz von Marco Lorenz Entertainment. Wir haben ja selber auch einen YouTube-Kanal, und wir wissen es selber, wie es ist, wenn man YouTube-Videos dreht, besser als andere, auf jeden Fall, und dann trotzdem mitbekommt, die Aufrufzahlen, die Abonnentenzahlen, spiegeln nicht das wieder, wofür ihr selber steht. Wir wollen euch gerne dabei helfen, gemeinsam mit uns größer zu werden. Ihr habt einen kleinen YouTube-Kanal, der auch nicht so löscht, wie ihr ihn haben wollt, heißt die Abonnentenzahl zu gering oder die Aufrufzahlen sind zu gering. Da wollen wir euch jetzt eine Alternative anbieten. Unsere Alternative bedeutet in diesem Fall ganz einfach, ihr schickt uns eure Videos, und wir platzieren eure Videos nochmals auf unseren Kanal. Das bedeutet, euer Video ist in dem Moment zweimal platziert, einmal auf euren Kanal und auf unseren Kanal von Marco Lorenz. Was bedeutet das für euch? Natürlich eine bessere Auffindbarkeit, eine höhere theoretische, höhere Reichweite usw. Ihr bekommt sogar noch Vorteile von uns geschenkt, nämlich die Vorteile sind, wir promoten ja im regelmäßigen Abstand unseren eigenen YouTube-Kanal. Und wenn wir unseren Kanal weiter promoten, promoten wir auch indirekt euch. Das Ganze wollen wir euch natürlich kostenlos anbieten. Wir haben schon immer gesagt, wir sind dafür da. Wir helfen gerne kleineren YouTubern auch groß zu werden. Und diese Möglichkeit bieten wir euch jetzt ab sofort an. Das Einzige, was wir mit euren Videos machen werden, ist, wir werden vor und nach eurem Video jeweils ein Intro ansetzen, nämlich das hier. Dieses Intro wird nur erscheinen, damit die Leute nach vorsehen, seht ihr natürlich auf unseren Kanal, auf Marco Lorenz. Und nicht, dass sie denken, oh, wir wollten noch Marco Lorenz gucken, was ganz anderes. Nein, nur damit die Leute sehen, aha, diese Nachfolger auf Marco Lorenz. Wie kann man das Ganze sehen? Wir sagen sowas, wir sind jetzt wie ProSieben oder RTL. Wir bitten eine Plattform an, auf die auch andere User ihre Contents zur Verfügung stellen können. Und das Ganze ganz kostenlos. Wir haben abgesehen davon, dass ihr uns die Videos natürlich zukommen lassen müsst, über verschiedene Transferseiten. Darüber werden wir euch dann bei einer Kooperation natürlich Näheres sagen. Sondern quasi, wir bauen da unseren kurzen Werbeblick rein. Und was ihr selber in den Videos macht, ist an uns nahezu egal. Ihr könnt für euren eigenen YouTube-Kanal drauf werben. Ihr könnt natürlich eure Videos drehen, sei es halt Gaming-Videos, Minecraft zum Beispiel. Könnt ihr ganz normal weiter zocken. Müsst euch nur daran denken, dass ihr euren eigenen Kanal ab und zu mal bewerben müsst. Weil ihr ja, der mit euren Inhalten auf unseren Kanal lauft. Aber Hauptziel ist natürlich, euren Kanal im Nachhinein durch uns mit aufzubauen. Also, was denkt ihr drüber? Habt ihr Bock an eine Kooperation? Wollt ihr euren Kanal gern bekannter machen? Mithilfe von unserem Kanal, in dem wir eure Videos auch in regelmäßigen Abständen bei uns reinstellen, auf unsere Plattform mit anderen User. Auch mitbekommen, es gibt noch mehr außer XY, sondern es gibt ja noch Buchstaben Z und O und P und Q. Weil wir wissen es ja selber, YouTube ist eine riesengroße Welt. Und darauf erfolgreich groß und bekannt zu werden, ohne richtige Hilfe, ist schwierig. Deswegen bieten wir euch ab sofort die Möglichkeit an. Nochmal. Was bieten wir euch an? Wir bieten euch kostenlos die Möglichkeit, euren Kanal zu promoten, indem ihr uns eure Videos zuschickt, die ihr selber produziert. Sei es meinetwegen, wenn ihr irgendwas baut. Oder ihr seid elektronisch begabt und testet den neuesten Akkus zum Beispiel. Alles zum Beispiel könnt ihr über unseren Kanal mit promoten. Natürlich auf euren Kanal. Ganz wichtig, das Video muss auf euren und natürlich auch auf unseren Kanal laufen. Ihr müsst uns auch nicht eure 100% Videos zuschicken. Wollen wir gar nicht. Ihr sollt schon noch Videos bei euren Kanals behalten, damit auch die Leute sehen, bei euch gibt es dennoch mehr als bei uns. Zum Beispiel, ihr macht einen Zweiteiler von Fogufutter. Ihr kauft euch Fogufutter. Im ersten Video, was ihr auch bei uns mit promotet, stellt ihr das Fogufutter vor. Im zweiten Video, was dann exklusiv nur bei euch läuft, da zeigt ihr, wie gut dieses Fogufutter bei den Tieren dort ankommt. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Zum Beispiel. Also wir wollen nicht 100% eure Videos haben, sondern wir wollen quasi nur Videos, wo ihr sagt, das könnt ihr gerne mitverwenden, damit mein Kanal, also euer Kanal, mitbekannter wird. Wir mischen uns bei eurer Videoproxion nicht groß ein. Wir geben natürlich gerne Tipps und Ratschläge, wie ihr vielleicht etwas besser machen könnt. Das Einzige, was wir machen, wir bauen unser Branding ein. Marco Lorenz Entertainment vor und nach dem Video, damit die Leute auch sehen, dass das Video exklusiv auf uns zwar ausgeschaltet wird, aber natürlich der Urheber seid ihr. Quasi, wenn mehr Interesse an diesem Kanal, dann klickt bitte auf diesen Kanal bitte auf. Also wie ihr es macht, müsst ihr entscheiden. Wir freuen uns auf jeden Fall über eine Kooperation. Wenn ihr Bock drauf habt, euren Kanal, sei es auch nur testweise, mit zwei, drei Videos, euren Kanal mal bei uns laufen zu lassen, eure Videos mal über uns zu verbreiten, dann schreibt uns einfach an unter kontakt.marcolorenz.gmail.com. Wollt ihr mehr über unseren Kanal wissen, einfach da eingeben www.marcolorenz-entertainment.de und wir warten jetzt quasi auf eure E-Mail und freuen uns auf jeden Fall über eine Zusammenarbeit. Macht nicht den Fehler, kauft euch nicht irgendwelche KI-Folge-Personen, die bringen euch im Nachhinein für den kurzzeitigen Wachstum, ja, für den langzeitigen Wachstum bringen sie euch nicht viel. Also, wachst gemeinsam mit uns, nutzt unsere Erfahrung, nutzt unser Engagement, in dem sie dafür auch Werbung schalten für unseren Kanal, auf gut deutsche Linie unseren Kanal nach wie vor mehr promoten oder quasi auch dann euren Kanal dann indirekt damit promoten. Nutzt unsere mediale Aufmerksamkeit, die wir schon erhalten, für eure Plattform, um selber auch groß zu werden. Das Ganze für euch kostenlos, wir freuen uns auf eure E-Mail und sagen viel Glück und toll, 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 auf eine gute Zusammenarbeit. Euer Marco Lorenz und bis bald.